Hallo meine Lieben! Ja, 2014 wird alles neu, wie ihr oben oder unten in der Überschrift schon lesen könnt. Wie ihr sehen könnt, ein bisschen was ist schon neu. Haare ab, Haare neu. Es wird sich dieses Jahr auch noch einiges und ja, einiges ändern, viel, viel ändern. Ich möchte 2014 gerne zu meinem absoluten Top-Jahr machen, so habe ich mir das gewünscht. Und träume, erträume mir das und ja, heute am 2.1. hat es damit begonnen, dass ich meine Haare endlich abgeschnitten habe. Es sind noch ein paar andere Sachen, die aber privat sind, die sich 2014 ändern werden. Und ja, das wollte ich euch eigentlich nur ganz kurz sagen. Es ist nur ein ganz kurzes Video, damit ich kurz Piep sage. Wenn ihr euch wundert, bei Facebook findet ihr mich nicht mehr. Ich habe mich bei Facebook abgemeldet. Auch das ist eine Neuerung für 2014. Ich habe einfach viel zu viel Zeit bei Facebook verbummelt. Habe, ja, vieles schleifen lassen dadurch und habe auch, ja, mich über Sachen so oft drüber aufgeregt und geärgert, die es einfach nicht für nötig waren, sich darüber eigentlich aufzuregen. Aber wenn man es dann doch liest, ist es nun mal so, dass man sich darüber aufregt. Und deswegen habe ich mich bei Facebook abgemeldet. Ob ich mich irgendwann wieder anmelde, weiß ich nicht. Aber im Moment geht es mir gut mit der Entscheidung. Zumindest mal im Postfach, mal im E-Mail-Fach tut es gut, weil da wird nicht mehr jeden Tag alles zugespampt. Und, ja, von daher wünsche ich euch alles, alles Gute für das Jahr 2014. Ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin treu. Und wir werden 2014 viel Spaß miteinander haben. Also, bis dann. Tschüss! 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 Tschüss!